Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Enthusiasten und Enthusiastinnen. Da draußen an den Podcast-Adgeräten. Hier ist wieder euer vorwiegend wöchentlicher, jetzt mit etwas Lücken, Futsal-Podcast. 2x20 Nette von Mr. Futsal. Mit mir, euer Futsal-Economist, Daniel Beimer, wieder hier. Und auf der anderen Seite der Sebastian Rauch. Hallo Sebastian, ich grüße dich. Daniel, hallo, sei gegrüßt und alle da draußen. Sind wir eigentlich noch vorwiegend monatlich aktuell? Ja, also... Ja, okay, vorwiegend. Ja, genau. Okay, was ist passiert für alle da draußen? Kurzes Wrap-Up. Ich habe ja schon verkündet gehabt, dass ich unten bin. Aber das war ja schon Mitte November. Ja, und jetzt haben wir natürlich hier schon so ein... Jetzt haust du hier die Interne raus, ne? Die Interne. Was war intern los? Ja, der Umzug hatte halt doch dann am Ende mit wirklich alles wieder einräumen und Kisten ausräumen, wieder einfinden. Doch länger gedauert als gedacht. Mich mehr mitgenommen. Ja, und dann kam dazu... Dann war ich erst einmal krank Anfang Dezember. Drei, vier Tage lag ich richtig verlacht. Und jetzt seit fünf Tagen, sechs Tagen Corona. Ist auch da bei mir. Sind alle dran. Das heißt, es war immer was los. Ja. Und deswegen hat sich das bisher verzögert. Wie liefen denn deine letzten Anleitung Monate? Eigentlich ganz gut. Ich war jetzt auch krank oder habe auch noch ein bisschen. Aber ich glaube, das ist in Ordnung bei mir jetzt gerade. Ich hatte sogar zwischenzeitlich auch mal die Idee, wenn der Daniel nicht kann, wenn niemand anders kann, ach komm, mach ich mal ein Solo. Aber ich glaube, kaum einer will drei Stunden Futsal für eine Sofa hören. Ich will ein Solo-Podcast. Drei Stunden wäre maximaler Input auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Oder auch vieles, wo manche vielleicht nicht mehr zuhören. Nee, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt vor Weihnachten oder wann auch immer das hier rauskommt, das Ganze noch schaffen. Und wir können aber schon mal perspektivisch sagen, ab dem nächsten Jahr werden wir wieder regelmäßiger. Also da haben wir uns das fest vorgenommen. Und ich denke auch, dass die Zeitfenster im nächsten Jahr dafür besser werden. Genau. Dann werden wir wieder vorwiegend wöchentlich. Yes, das ist unser... Genau, lass uns das direkt als... Wie heißt das denn mal? Neujahrsvorsatz. Genau. Neujahrs-Kannelsmitglied. Wir beide müssen ja nicht abnehmen. Wir haben ja aktuell eine gute Figur. Also von daher, unser Vorsatz ist regelmäßiger Podcast. Yes, okay. Finde ich stark. Haben wir natürlich Bock drauf. Ist auch ein bisschen eingeschlafen so. Ein bisschen die Community irgendwie jetzt auch zum Jahresende, habe ich das Gefühl gehabt. Auch die Resonanz auf die Bundesligaspiele. Ich glaube, das ist klassischer Jahresendeffekt. Und wir haben natürlich jetzt diese Hallensaison, die ja jetzt startet, auch gerade zwischen Weihnachten und Neujahr. Sollen wir heute vielleicht mal an alle Fußballer da draußen? Vielleicht am Ende? So einen kleinen Rap-Up machen? Was sind so die Top-Ten-Tipps oder sowas? Ja klar, ist cool. Ich habe ja auch jetzt im Winter, also im Dezember hatte ich jetzt, wie auch im Januar, habe ich dann wieder, habe ich ja die Futsal-Fortbildung für die B-Lizenz-Trainer, Fußballtrainer. Und da gibt es dann auch, mehr oder weniger, gibt es dann auch immer ein paar Tipps. Also da kann ich auf jeden Fall ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, was da auch gewünscht ist. Also, aber unabhängig davon, coole Idee, können wir noch machen, weil die Hallen-Stadtmeisterschaften jetzt auch bei vielen anstehen. Ende dieses Jahres und Anfang nächsten Jahres finden die statt. Von Junioren bis Heaven. Die Junioren meistens ein bisschen später. Weiß ich mittlerweile, als U19-Stützpunkt-Trainer macht man sich da schlau, wenn die Junioren die Hallenmeisterschaften haben, weil ich da dann zum Sichten vorbeifahre. Genau, machen wir. Super, coole Idee, Daniel. Guter Schwerpunkt heute. Aber vorher erst mal News, oder? News, und ich habe so viele hier aufgeschrieben. Also ich weiß auch schon teilweise gar nicht mehr. Also ich schreibe mir die ja immer mit, in dem Moment, wo ich jetzt die News wahrnehme. Und mir fehlen schon recht viel, weil ich auch Insta gar nicht verfolgt habe, wie jetzt mit Corona und so. Und ich bin auch in so Minecraft, durch meine Kinder, bin jetzt von dem Minecraft-Sucht-Level gefallen. Ja, also jetzt bin ich völlig raus aus der normalen Welt. Aber lass mal los schauen hier auf der List. Wie gesagt, das ist ein Monat alt. Das könnte ja auch die Aktualität erklären. Erstens war, von Jannis kam damals nochmal der Hinweis, auf die Baller-Liga von Poldi und Hummels, die dann ja jetzt im neuen Jahr anläuft, meine ich. Oder läuft die jetzt schon an? Ich glaube, im neuen Jahr. Wann geht das denn los hier? Baller-League. Baller-Liga, Baller-League. Ja, genau. Genau, Baller-League. So, genau. Und es geht ja darum, dass man die Kings-League so ein bisschen abbilden will, aus Spanien, die da sehr erfolgreich ist. Was denkst du, was das mit dem Futsal macht? Boah, denken. Kann man da schon was zu denken? Aber perspektivisch oder überhaupt hypothetisch denken. Ähm, ich hoffe nicht, dass das irgendwie in Konkurrenz zum Futsal läuft, irgendwann. Ähm, ich denke aber, dass das, dass das sicherlich fürs Entertainment interessant wird. Also ich denke, dass man da auf jeden Fall Zuschauer ziehen wird. Genau. Also diese Baller-League, ne, wie die Kings-League. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass da ziemlich heiß gekocht wird und deutlich weniger heiß gegessen wird. Also es ist immer sehr viel Show. Ähm, ja. Und, und Erwartungshaltung. Bin gespannt. Podolski und, und, und Hummels machen das ja, managen das ja irgendwie. Oder sind auf jeden Fall im Hintergrund oder Vordergrund aktiv. Bin gespannt, was das wird. Ähm, schaue ich mir gerne an. Weil, wenn das Runde ins Eckige muss, dann ist es immer interessant irgendwie. 8. Januar. Läuft dann auch bei ProSieben Max und Join. Ja, kann auch sein, dass das einfach so ein Stefan-Rab-Ding wird, ne, so, von wegen Wok-WM oder so, ne. Das kann auch sein. Ja, das wirklich ein Ding ist, was du über das ganze Jahr mal hast. Ich glaube, das wird eher so ein, so ein, so ein Winterfußball-Ansatz, ne, denke ich. Von daher ist die Konkurrenz im Futsal vielleicht nicht so. Ja, vielleicht keine Konkurrenz. Ich glaube ja wirklich, es könnte einen guten Push geben, dass die Leute sich mit Halbfußball beschäftigen und dann vielleicht auch mal suchen. Das Wort Futsal wird ja trotzdem fallen, in diesen Übertragen hier und da. Dabei kommt nun das Rauf. Das erwartest du? Das erwartest du? Name-Shopping kann ja schon helfen. Wir suchen uns dann. Ja, aber pass mal auf, pass mal auf. Also, gekonnt um den Begriff Futsal herumfahren und manövrieren, das versucht, macht ja der DFB gerade im Kinder- und Jugendfußball mit von Faninho und Kleinfeldfußball. Also, wie häufig da die Übungen aus dem Futsal oder überhaupt Grundsätze des Futsals vermittelt werden mittlerweile, wenn man da den Hannes Wolf und so weiter hört, in den ganzen YouTube-Beiträgen mit Lars Bender und so weiter. Und es fällt der Begriff Futsal halt nicht einmal oder, ja, das ist halt, also ich denke nicht, dass wir das erwarten müssen, dass der Begriff Futsal kommt. Und wenn er kommt, wäre das natürlich cool. Es könnte, wie du schon sagst, dann auch Synergien ergeben und auch einen Push. Sind wir mal gespannt. Ist ja alles noch Zukunftsgeschichte und es ist, äh, es ist was Innovatives, was vielleicht auch was Disruptives, Disruptives. Von daher bin ich auch ganz gespannt, was das wird und interessiert. Ne? Ja. Genau. Also, könnte ein guter Push werden. Bin ich gespannt, was dann kommt. Dann habe ich hier die nächste interessante Sache. Unser Sponsor bei Fortuna Düsseldorf hat eine coole Idee gehabt. Wir haben jetzt den Mail of the Match eingeführt bei unserem Sponsor. Ich mache jetzt hier keine Werbung. Doch, wir haben auch mal für Black, wie ist das vom HSV gemacht? Ja, wir haben ja ERP Monitor und die kommen auf die Idee, so ein Play of the Match, so ein kleines Lokal, kostet nicht viel. Fand ich eine ziemlich gute Sache. Kommen wir nochmal ein Foto danach. Also, einfach die mediale Ausreizung ist, finde ich, stark dahinter, dahinter. Gar nicht dieser Vulkan oder so, aber lass da nochmal so einen Post. Und der ist nochmal ein bisschen inhaltlich anders, als einfach nur, hier ist unser Spielergebnis. Und das finde ich ganz smart daran. Das ist auch ein gutes Sponsor-Paket, ne? Das da mit reinzunehmen. Also, das ist auch für einen Sponsor nochmal ein Anreiz, zu platzieren. Also, sich platzieren. Zu platzieren, genau. Ist eine Idee, sollten sich andere Teams vielleicht auch eine Scheibe von abschneiden. So. Das wäre doch eine Idee. Cool. Nächster Punkt, oh, da habe ich mich wieder verdrängt sogar. Hier Kritik. Ach ja, die AG-Vermarktung des DFB, da bin ich ja. Wählt der Vertreter dieser AG-Vermarktung, die ja eigentlich helfen soll, dass es Konkurrenz gibt. Also, die Übereinstimmung der Interessen der Bundesliga-Fuzzer Bundesliga-Clubs und der Vermarktung der Fuzzer Bundesliga. Und ich muss jetzt wirklich sagen, ich bin enttäuscht von diesem ganzen Konstrukt, denn es läuft so darauf hinaus, was wir uns ja eigentlich auch immer schon gedacht hatten. ja, man gibt einen Kanal und suggeriert Partizipation, aber eigentlich sind die Entscheidungen vorher stehen schon fest. Und man holt sich eigentlich nur so den Support der Clubs, aber es gibt gar keine wirkliche Mitsprache. Ja, und dann auch so organisatorisch richtig unprofessionell. Ja, ich bin echt angepisst von dieser Gruppe. Ja, Protokolle können nicht ordentlich geschrieben werden. Und auch, es werden halt Zeiten festgesetzt, wir sind nun mal alle hier ehrenamtlich. Ja, ganz ad hoc, drei, vier Tage vorher, ja, könnt ihr dann 17 Uhr. Ja, 17 Uhr, da habe ich gerade Kaffeepausen heute auf Arbeit. Ja, das kann ich gar nicht. Also, das Konstrukt geht für mich nicht auf, wenn es diese wirklich, diese offene Partizipation sein sollte. DFB möchte von den Vereinen lernen und auch mit den Vereinen was gemeinsam finden. Muss ich jetzt ganz klar und hier auch so direkt sagen, ist es nicht. Und ich bin da jetzt drin, ich gehe da auch nicht raus. Das bleibt jetzt da. Aber man muss ganz ehrlich sagen, hier, ich habe es auch schon dem DFB auch soweit eigentlich auch gesagt, meine Kritik dahinter, aber das ist nicht nett. Und vielleicht lernt der DFB ja generell auch auf der ganzen finanziellen Misere, die der DFB gerade reinschlittert. Vielleicht sollte man auch mal alles, das Ganze, dieses ganze Habitus, wie du es lennst, Umgang mit solchen Gruppen mal ändern. Ja, ich kann dir noch einen wichtigen Begriff mit reinschmeißen, weil du hast von Kongruenz gesprochen. Was ihr braucht oder was vielleicht vermehrt wichtiger wäre, wäre Kohärenz. Kann ich kurz erklären. Also Kongruenz ist ja das, was du schon sagst, so eher mehr oder weniger subjektiv alles übereinstimmt. So mehr oder weniger, wir einigen uns oder wir haben jetzt alle denselben Termin, 17 Uhr. Das ist für uns, das ist dann kongruent. Aber kohärent wäre, das kommt aus der Psychologie unter anderem, wie auch aus der Pädagogik und sozialwissenschaftlich vor allem, das wäre zum Beispiel, dass unabhängig davon, dass es irgendwie alles übereinstimmt ist, es auch in sich logisch zusammenhängt und nachvollziehbar ist. Das heißt, wirklich die subjektive Welt des anderen intersubjektiv gestaltet wird, könnte man jetzt vereinfacht sagen. Man kann darüber diskutieren. Ich will das jetzt hier nicht definieren. aber das heißt, sich auch wirklich klar werden, wen habe ich denn da gegenüber? Und wie schaffen wir es, in einen logisch konsistenten, kohärenten Zusammenhang zu kommen? Das heißt, ich brauche jetzt nicht am Nachmittag bei Vollberufstätigen einen Termin ansetzen, sondern das muss dann vielleicht doch eher auf 19 Uhr abends geschoben werden oder sowas. So ist eine Unterschreitung. Finde ich gut, passt. Deshalb bitte mehr Kohärenz, können wir dann ja sagen. Ja, zu sehr auf Augenhöhe. Einfach auf Augenhöhe. Darum geht es. Es muss auf Augenhöhe sein und das ist es aktuell nicht. Genau, diese Kohärenz würde eben auch das schaffen, dass das auch diese Gleichberechtigung oder nicht nur Gleichstellung, sondern eine Gleichberechtigung entsteht und dadurch halt wirklich eine tatsächliche, wirksame und objektiv messbare Partizipation entsteht. Und nicht nur, wie du es da manchmal ausdrückst, eine Pseudopartizipation, wobei das habe ich auch schon häufig ausgedrückt. Aber ich glaube, du spürst das jetzt gerade, diese Pseudopartizipation. Auch ein Wunsch fürs neue Jahr, dass es in Augenhöhe stattfindet. Ja, dann hat uns Tom geschrieben von Futsal-Algäu, einen tollen Spielbericht gegen Beton-Boys. Der ist irgendwo in den Instagram-Sachen. Tut mir leid, Tom, aber ich will es noch erwähnen, du hast für uns das gestickt, ich finde das mega. Wir haben auch kurz ausgetauscht. Ja. Nur jetzt ist natürlich alles hinten runtergefallen, weil wir hier noch so viel vor uns haben. Deshalb nur erwähnt, danke dafür auf jeden Fall. Dann haben wir Fußballkreis Krevenbruch. Neues hat was Interessantes gemeldet gehabt im letzten Monat. Keine Hallen-Kreismeisterschaft. Wegen Hallen, also Plänenhallen und auch wenig Interesse daran. Und andere Sportarten brauchen halt die Hallenzeiten mehr. Ah, ist ja auch nochmal eine Hiobsbotschaft. Ja, wie gesagt, typische Engpass-Situation immer, wenn Hallenzeiten da sind oder nicht. Ja, schade, wenn ein Wettkampf ausfällt und damit eine Plattform. Absolut. Naja, ich hoffe, solche Meinungen oder solche Mitteilungen gibt es jetzt nicht. Dann war noch die, ah, die WM der gehörlosen Damen, Futsal. WM, da gab es ja die riesen Spendenaktion, die total erfolgreich war, dass die Damen nach Brasilien fliegen konnten. Soweit wir es am Ende verfolgt haben, hatten die auch wirklich ein tolles Event. Ich habe die Bilder gesehen da aus Brasilien. und man ist, das war mein Letzterstand, jetzt stelle ich gerade fest, dass ich da nicht weitergeschaut habe. Ich meine, im Halbfinale waren die Damen zumindestens. Hast du nochmal das Endergebnis? Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Fünfter, Futsal, WM der Frau. Ich gucke mal hier nebenbei. Ja, guck das mal. Ich bin hier gerade auf der Seite der Deutschen Gehörlosen Sportverbandes, also mal den Kader mit dabei. Aber vielleicht findet man hier irgendwie Livestream. Wer natürlich schon über so eine Übersichtsseite findet. Tja, und wenn man jetzt so lange nicht online war, dann merkt man das. Dann kann man das finden. Okay, ich gucke mal nebenbei, ob ich das bis dahin finde. Ansonsten, liebe Damen, die mit dabei waren, meldet uns ganz kurz, wie lief das Turnier, vielleicht ist das die bessere Variante. So einen kleinen Bericht schicken, wer uns zuhört von den Gehörlosen Damen, denn einige können ja auch hören, können den Podcast verfolgen, hatten wir, glaube ich, schon mal thematisiert. Ist jetzt nicht so, dass alle außen vor sind. Verschickt uns doch gerne mal so einen Bericht zum Turnier, also echt über den Umzug, da auch das irgendwie völlig verpasst hier leider. Ja, nehmen wir mit auf, nehmen wir in der nächsten Folge dann mit rein. Cool. Passt. Dann, ach, die Liste. Ja, ja. Dann hatten wir, Frankreich bewirbt sich um die Futsal-EM 2026. Auch für dich überraschend? Nein, nein. Also, passel zu den Zahlen, die wir mittlerweile gehört haben, wir haben, ich glaube, die letzte Podcast-Folge vor Monaten, wo wir über Frankreich gesprochen haben, mit dem, mit diesem enormen Wachstum des Futsals, also mit der Anzahl über 30.000 Aktive und so weiter und so fort, ist es nicht überraschend, weil das ist eigentlich ein logischer Schritt, dass du für die Entwicklung sowas auch forcierst. Und ich muss sagen, dieser Trailer, der dazu gemacht wird, kann man sich bei YouTube anschauen, ist richtig gut gemacht. Also wirklich, also auch gezeigt, wozu der Futsal sinnig ist, Kinder- und Jugendfußball mit eingebunden, wirklich diesen Weg gezeigt, auch die soziale Obiquität, also das heißt, es ist einfach auf alle soziale Schichten auch für die gesamte Gesellschaft ein Sport ist, was ja auch in Frankreich durch die hohe Anzahl oder, sagen wir es mal so, durch den Futsal als Schulsport Nummer eins jetzt auch ganz stark nachvollziehbar ist. Also wahnsinnig toller Trailer und ich hoffe sogar, dass die den Zuschlag kriegen. Ich habe sogar im Fußball selten so einen guten Trailer gesehen, also für eine Bewerbung oder sowas. Das ist richtig gut gemacht. Wirkt echt authentisch und ja, cool. Anschaubar. Das fand ich auch mega legal. Also da sieht man, was man da bewegen kann mit Futsal in dem Land. Ach, wir wünschen uns das ja so sehr für Deutschland. Vielleicht wäre der Wunsch für nächstes Jahr, wäre super. Ich habe nur kurz geguckt, die Brasilianerinnen haben übrigens gewonnen. Die Weltmeisterschaft, der gehört los. Und wir sind tatsächlich, wo es noch richtig im Halbfinale kommt, denn wir haben dann gegen England 1 zu 0 in dem Spiel um Platz 3 verloren. Okay. Also war anscheinend dann, ja, cool. Top 4. Top 4 der Welt. Passt. Hat sich die Investition gelohnt? Stopp. Brasilien ist, nee, nee, ist zweiter Platz. Oh, jetzt habe ich was Falsches erzählt. Platz 2. Jetzt muss ich nur gucken jetzt hier, weil ich habe gerade einen portugiesischen Text hier auf. 3-3 anscheinend unentschieden. Dann gab es Verlängerung, dann war es 4-4. Ach, und dann war es in Penalties. Ach, Japan. Ach, Japan. Cool. Sind ja auch im Frauenfußball wirklich sehr gut mittlerweile, ne? Also, naja. Nicht verwunderlich, dass sie auch im Funtsaal anscheinend. Es gibt auch übrigens alles bei YouTube. Die ganzen Spiele sehe ich hier gerade. Ja, auch ganz gut gemacht. Ist also alles da. Und, ja, ich hoffe, es stimmt jetzt alles. Wenn irgendwas nicht stimmt, wir haben uns ja den, äh, sagt uns Bescheid. Genau. Wir, wir berichten auch im nächsten Mal. Korrigieren wir. Ja. Dann gab es, ähm, ja, einen Podcast von, 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 von WDR, nicht von WDR, von Sport Insight über die Finanz beim DFB. Und der DFB auch durch die Umwandlung einmal von Vereinen in Kapitalgesellschaft und auch durch Falschreklamierung von Einnahmen entsteht im DFB ein Millionenloch. Das heißt, und der Podcast war wirklich sehr, sehr intensiv, dem DFB geht es finanziell sehr, sehr schlecht. Also so schlecht wie noch nie, weil man halt wirklich die Finanzloch gerissen hat durch diese eigentlichen steuerfreien Einnahmen, die rückwirkend in Millionenhöhe doch versteuert werden müssen. Ja. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, okay, was passiert mit uns? Zwei Theorien. Einfach, wir sind trotzdem so klein, der Futsalbereich beim DFB. Es passiert einfach gar nichts, ähm, weil man den Rotstift ganz woanders ansetzen wird. Oder, ja, man kappt alle Sachen, die nicht Fußball sind. Beachsoccer, Futsal, was da noch kommt hier, G-Fußball, keine Ahnung, was noch alles beim DFB. Alles finanziert und unterstützt wird, auch in Jugendmannschaften vor allen Dingen. Hm. Hast du da eine Prediction? Vorher sagen? Also gut, man muss mal beachten, was in den letzten Monaten passiert ist. Zum Beispiel die Ausschreibung der Fußballvarianten, dass man da die entsprechende Vermarktung schon und so weiter an Externe weitergeben möchte. So hat man diese Kosten zum Beispiel für den Bereich nicht mehr auf eigener Schulter sozusagen. Es ist ja schon ein Zeichen dafür, dass man auch auf diese Finanzkrise reagiert. Der DFB weiß das ja, also der weiß das ja schon deutlich vorher, bevor wir davon erfahren. Gut, die schlechten Turniere der Ahn-Nationalmannschaft, das sind einfach auch dazu führen, dass die finanziellen Einnahmen geringer ablaufen. Und dann, wie du schon sagst, wenn man da nicht richtig betriebswirtschaftlich denkt, dann hat man ein Problem. Hätten sie sich mal damals eingestellt. Du hast da sogar eine Bewerbung bei denen geschickt, glaube ich. Gut. Ja, genau. Aber was ich sagen will ist, ja, ganz ehrlich, guck dir den Futsal an. Wie viele sind da wirklich öffentlich aktiv? Sind das vier, fünf Leute? Wenn du die Nationaltrainer mit reinnimmst? Es sind dann noch viele Honorarkräfte, die dabei sind im Futsal. Also wenn das wirklich abgesägt werden würde, also das wird die Finanzkrise nicht lösen. Ich glaube schon, dass der Rotstrich woanders angesetzt werden müsste, um einfach auch dort präventiv und interventiv passend zu reagieren auf sowas. Ja, Missmanagement. Am Ende des Tages. Und ja, bin auch gespannt. Was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist in der Hinsicht, dass wir immer noch nicht diese, das was wir schon seit Jahren verlangen und auch wo wir im letzten Jahr immer mehr auch im Podcast oder davor schon darauf hingewiesen haben, der Masterplan, die Vision, Futsal, wo wollen wir hin, wo stehen wir in fünf Jahren, ist das, ist da irgendwie eine Idee? Das spricht natürlich dafür, dass man dem Futsal da, gut kann auch dafür sprechen, dass man ihn so klein hat, dass er halt auch gar nicht von betroffen wird, aber es spricht dafür, dass man jetzt nicht langfristig ein Konzept hat für den Futsal. Ja. Und es spricht dafür, dass man dann auch da vielleicht eher, naja, es ist paradox vielleicht auch und kaum vorhersehbar. Ich glaube, was wir auf jeden Fall sicher sagen können, da kommt nicht mehr. Ja, gut, das ist auch eine gute Erkenntnis, genau. Also, wir brauchen nicht auf mehr so oft. Nein, nein. Genau, also auch schon, du siehst ja schon an der Bundesliga, man verlagert jetzt das Streaming zum Beispiel auf die Vereine. Es ist ja, also man nutzt das jetzt auch alles und schlussendlich auch, dann guck dir die Highlights an, die wurden verschlechtbessert, also auch wenn sie jetzt wieder kleine Verbesserungen hatten, aber es ist nicht mehr die Qualität von vorher und das heißt eben auch, dass nicht mehr so viel Geld wahrscheinlich dafür ausgegeben wird. Und ja, man hat Einsparungen und die werden das schon irgendwie managen. Die Frage ist halt nur, ob es dann am Ende erfolgreich gemanagt wird. Und da, ja, das ist Zukunftsmusik, Prediction, schwierig, Aufmerksamkeit ist wichtig jetzt, aufmerksam sein. Wie entwickelt sich das, damit man gegebenenfalls auch reagieren kann? Jo, lassen wir uns mal überraschen. Dann habe ich noch, ach ja, ganz toll, fand ich super. Ich habe ja den Livestream Jan Regensburg geschaut, gegen uns, gegen Fortuna Düsseldorf, auf YouTube. Erstmal super, Jan Regensburg, toller Stream, haben super gemacht, Kommentator, alles top, muss man echt sagen, Hut ab, da haben sie was, tolle Sinke, packt, plus, dann kam ja, da war schon die Ankündigung, Felix Magath ist in der Halle. Ui, ja, genau. Ich hatte natürlich nicht das spannendste oder das sportliche, attraktivste Spiel jetzt sich rausgesucht, plus, da waren jetzt auch nicht so viele Zuschauer, egal, er war da. Und man hat ihn dann auch noch zur Halbzeitpause in die Hallenmitte geholt und auch gefilmt im Livestream. Und ich fand wirklich toll, was er gesagt hat, weil einmal hat er gesagt, er hat sich damals, er hat sich offen zu Futschalen, Hallefußballen, hat sich auch schon mit einem Freund vor ein paar Jahren ausgetauscht, weil er es spannend fand, meine ich, war die Tendenz, welche, was man aus dem Futschalen so ein bisschen lernen kann und wo das hingeht und was das macht. Also schon dieses offene Interesse und findet es gut. Dann kam der Satz, den er hat bei Insta gepostet, der schon echt aufzuhören gibt und da wird mir Felix Maggert ja mal richtig sympathisch, muss ich sagen. Hat er mir richtig gefallen. Er hat nämlich dann gesagt, oh Toni, ich habe es mir geschrieben, als ich damals gemerkt hatte, also in dieser Phase, wo er sich mit Futschalen auseinandergeschöpft hat, als ich damals gemerkt hatte, dass der DFB seine Hand drauf hat, auf dem Futschalen, habe ich es nicht weiter verfolgt. Okay, was sagt uns das, Sebastian? Es schwingt eine DFB-Kritik mit, Entwicklungskritik vielleicht. Man muss aber auch sagen, dass jetzt natürlich, wir haben jetzt ja auch natürlich Cherry gepickt, muss man auch sagen, das ist natürlich der eine Satz. Einerseits muss man sagen, dass wenn Felix Maggert, der ein bestandener Fußballtrainer als erfolgreich war in seiner Zeit, vielleicht nicht mehr der modernste Trainer ist, aber auch mittlerweile auch im Ausland Erfahrungen sammeln durfte und es ist auch ganz interessant, ihn mal von der Seite kennenzulernen, über den Futschalen oder über diese andere Art des Fußballs, so mal den Charakter von Felix Maggert auch mal anders zu sehen, dass er halt so eine Offenheit hat, weil im Mainstream-Fußball wird er eher als so ein engstirniger, vielleicht auch alteingesessener, wenig belehrbarer oder wenig entwicklungsorientierter Trainer wahrgenommen. Also wenn man den beim Doppelpass sieht oder sowas, dann wird er immer so, als der zum Hau drauf einfach nur da gebracht. Man muss aber sagen, er ist ein sehr erfolgreicher Fußballtrainer, also mehrfach Meister, auch bei Bayern München und so weiter, als Spieler super erfolgreich, hat dem HSV den einzigen, sagen wir mal, Landesmeister Europapokal ermöglicht. man muss dann aber sagen, dass er dann natürlich das mit dem DFB so raushaut, ist natürlich eine Kritik, weil er eben auch vielleicht da nicht das Wachstumspotenzial sieht für einen Sport oder für eine Art des Fußballs, für den er sich auf einmal interessiert hat. Gut, das ist seine Dimension und ich finde sie spannend. Ich fand das auch spannend, als Kuhkommentator. Ja, hab ich mir oben geschaut. Richtig cool. Also war auch interessiert. Wie gesagt, zum Abschluss noch zu dem Satz zum DFB. Hart gesagt, trifft es halt aber auch das, was wir in Jahren der Kritik halt auch geäußert haben. Also es ist, ne, also deswegen trifft, deswegen passt es so. Es ist so ein Satz, der so immens hängen bleibt, weil wir halt auch immer wieder, ja, Verbesserungspotenzial sehen, ne? Wie der DFB an den Futsal geht halt, ne? In der Hinsicht. Gut, aber der Kommentar, als Kuhkommentator zweiter Halbzeit, richtig cool, immer wieder was erzählt. Ja. War spannend, wenn man ihn aus dem Fußball kennt. Unsere Generation kennt ihn halt auch noch, ne? Du und ich. Wir kennen ihn ja noch. Das sind unsere Hochzeitfußballinteresse, also Hochzeitfußballinteresse war mit Felix Magath auch sicherlich irgendwie in Verbindung. und deswegen ist es super interessant für uns, für jüngere Generation, vielleicht gar nicht so, ne? Wer ist denn das? Der Opa, der da was erzählt, ne? Aber für uns interessant, wir kennen ihn, das ist ein Mann mit klarer Linie, mit, ich sag mal auch, manchmal sehr direkter und ehrlicher Sprache, was im Mainstream dann natürlich auch einfach mit einer Rolle versehen wird, die dann vielleicht dazu führt, dass du nicht mehr so erfolgreich platziert wirst. Und man hat ja gemerkt, wenn du jemanden hinsetzt aus dem Fußball, der einfach nur offen zu Futsal ist und der kommentiert, Kuh kommentiert so ein Spiel, der kann super interessante Schichten erzählen und Anekdoten und das richtig schön unterhaltsam verbinden. Und das macht dann, ist nochmal so eine andere Perspektive, die ich da erst kennengelernt habe, wenn man wirklich jemanden da hinsetzt, der gar nicht über Futsal direkt redet, aber diese Verbindung herrscht. Vielleicht sollte man das immer machen, weil du hast, dann holst du in diesen Streams auch immer diese Fußballer so ein bisschen ab und verbindest auch immer optisch die Welt. Vielleicht kommt vielleicht auch Fußballernamen da mal rein, das ist doch hier, keine Ahnung, wie bei dem Spiel, wie bei Giovane Elber damals, der ist auch ganz lange her, aber würde unsere und ältere Generationen ansprechen, aber ich sage jetzt mal, eine coole Idee, das jetzt mal zu transferieren, nimm mal ein Länderspiel und setz da, ich weiß nicht, anstatt Manuel Fischer oder nimmst du Manuel Fischer, der gewisse Futsal-Erfahrungen mitbringt, dort als Futsal-Experte platziert wird in der Rolle und dann setzt du daneben irgendwie einen gestandenen Fußballtrainer, Profitrainer hin. Sag mal, nimm einfach mal außen vom DFB Hannes Wolf, ach nimm im besten Fall Nagelsmann oder nimm, wie heißt er, Wagner. Setz dich einfach dazu, als Co-Kommentator und die sollen das mal mit offener Brille für den Fußball übersetzen, was da passiert. Und dann hast du gehört, Magath, der betont diese Superschnelligkeit, die starke Technik, die Kreativität, die Taktik, all das kam hervor, die Stärken des Futsals am Ende, die er halt auch für den Fußball sieht. Deswegen war es ja, man hat gemerkt in der zweiten Halbzeit, als er das kommentiert hat, warum er sich dafür interessiert hat, weil er das gesehen hat. Und dann müssen wir mit der Kritik einfach nur wieder weiterdenken, dass wir eben auch diese Stärken sehen, aber sie vom DFB nicht so transportiert werden. Nicht als Methode, als Teil des Fußballs. Das ist eben der Punkt. Und da wäre, das ist eine coole Idee, einfach mal einen Fußball-Profi-Trainer oder jemand vom DFB als Fußballtrainer, Fußballlehrer, nennst du wie du wolltest, da hinsetzen, die dann den Futsal offen durch die Fußballbrille reflektieren. Das war Felix Marat. Das war cool. Deswegen, ein geiler Zug, geiler Zug von Regensburg. Danke, danke, ja in Regensburg, kann man ganz anders sagen. War top, haben wir auch viel ausgebaut. Ja, in Regensburg haben wir aber gleich auch noch ein paar andere Sachen. Ah, da soll ich mich mal hängen. Da habe ich noch ein paar Punkte. Monat, hier recherchiert jetzt. Richtig. Da hat sich Juval über Insta geschrieben und aufmerksam noch auf einen Artikel über St. Pauli und Futsal vom Hamburger Abendblatt schon vom 25. Oktober, schon ein bisschen älter, aber der Artikel ist wirklich stark, was St. Paulis Dominanz mit Futsal zu tun hat. Und underrated der Artikel, weil wurde gar nicht auch vom DFB oder so, wir natürlich nicht aufgenommen, ganz wichtiger Artikel bei uns natürlich bei Fortuna direkt gestreut, auch in die Fußball- Entscheidungsebenen dann direkt gepostet. Bei uns hier, Michael Dänzen kennt man ja, ist ja auch im Sportvorstand und da auch direkt hier. Das sind die wichtigen Artikel, weil die Artikel, mit denen holst du die Fußballer ab, weil das ist ja unsere Killman, unsere Elia Saat-Story, wo wir sagen, wenn man die Fußballvereine mit reinholen will, dann braucht man das und nicht, ja, Futsal wächst schön und da kommen dann nur ein paar Zuschauer. Nee, nee, hier, das ist wichtig, die Ausbildung für den Fußball, das ist das, das ist der Business Case. Superartikel, kriegt man archive.today, übrigens, wer ja immer diese Bezahlschranken hat, kann man das hier sagen, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall kann man da immer die Artikel eingeben und meistens, manchmal kommt die dann einfach, man kann die lesen. Das verlinken wir natürlich alles in der Beschreibung. Also ganz probiert, also man erzählt letztendlich darüber, okay, man sieht, irgendwie machen die was anders, ja, ist das immer so, sind Futsal, reimen sich das so zusammen, so wie die taktisch vorgehen auf dem Platz und wie die agieren. Genau, wichtig ist mit, also die sprechen auch davon, ich glaube, der Paderborner Trainer spricht davon, die spielen Futsal auf dem Großfeld und sprechen halt auch davon, wie stark, wie wichtig das ist, Räume zwischen den Linien zu schaffen, aber dafür, da wird das dann auch so ausdrückt, ich übersetze es mal, dass Pauli sehr wichtig, immer auf Bindung wartet, also mit dem Ball wartet, bis sie mehr oder weniger, ja, ich sag mal unter Druck, unter Deckung geraten und nicht den Ball spielen, bevor der Gegner, also wenn der Gegner noch 5 Meter weg ist. Also es ist halt, die warten immer auf Bindung, dass der Gegenspiel an den Ball kommt, um dann dahinter den Raum zu nutzen und das ist eben dieser Punkt, der im Futsal halt super wichtig ist. Also gute Trainer rufen rein, Bindung Jungs, erst Bindung und so weiter, im Futsal sind wir wieder, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, also es gibt so viele Punkte, die da mit reinfließen, aber das ist einer, der im Artikel auch hervorgehoben wurde, dass sie wirklich da, ja, solche Futsal, was natürlich auch im Fußball wichtig ist, Bindungen schaffen, das ist auch wichtig, aber es ist eben das höchste Niveau, eben dann mitunter und Pauli ist damit gut unterwegs. Also dass man anscheinend ja dann immer oft die Sohle dann nutzt, in der Defensive und dann den Gegner halt lockt, dass er kommt, ja, auch ganz spannend. Ist zwar eine andere mit, eine grundlegend andere Basis, warum man das macht, das macht man aufgrund der Kontrolle, aber hier, ja, warum nicht? Genau, es ist eine Interpretation, das ist es eben. Das ist das, das ist so wieder mit dem Felix-Baggart-Aspekt. So, die gucken das einfach offen aus der Fußballbrille und sehen auf einmal mega Potenzial da drin und, ja, und Pauli macht einen guten Job mittlerweile in der zweiten Liga und sind Aufstiegskandidat dadurch, obwohl sie vor der Saison wahrscheinlich nicht jeder auf der Rechnung hatte, ne, mit dem Elias Saad, der aus nichts kam, jetzt letzte Saison, irgendwo aus der Lignaliga und vom HSV Futsal, ja, auf einmal rocken die da schon mit dem, was sie zur Verfügung haben, die Liga und ein Top, also wie gesagt, ein Top-Artikel, sollte man sich durchlesen, Michi Meier kommt auch noch zur Sprache, finde ich auch cool, ja, also von daher, super Artikel für den Futsal und sollte man auch in Düsseldorf vielleicht beherzigen, sind sie ja auch gut unterwegs in der zweiten Liga. Ja, das geht was, da kommt auch wieder, da siehst du schon wieder unser Budget steigen, wenn du erhoffst, das ist natürlich immer die Hoffnung, naja, also, wir sind, apropos Artikel, es gab einen weitesten Artikel in einem breiten Pressemedium und zwar den Kicker-Artikel bei den SV Jan Regensburg und ja, der, ich habe gar nicht verfolgt, wie weit der jetzt Viralgang ist oder wie weit jetzt da auch Kommentare in dem Artikel waren, aber ich meine, immerhin bei Kicker Online war der jetzt der Artikel da, den Aufstieg des SV Jan Regensburg Futsal, was sind so deine, du hast ihn ja auch gelesen, wir hatten ihn glaube ich geteilt, was sind so deine Rückerinnerungen, deine Gefühle oder Gedanken zu dem Artikel? Ich finde das so krass, du stellst mir immer erst, ich soll erst mal reflektieren und bewerten, bevor du dann deinen Senf dazugehst, das ist kärbar. Das ist natürlich, ich tue immer so viel, ich tue immer anders. Ist gar nicht meine Art, normal lasse ich immer andere viel reden, aber... Ich soll nicht anfangen. Nein, nein, wir müssen mal wieder betonen, wir sind ja hier, wir sind ja Kunstfiguren, ganz wichtig, ich bin der Futsal-Philosoph, du der Futsal-Erkund. Ja, genau. Nee, erst mal Kicker-Artikel, richtig cool, richtig cool, wieder richtig cool, eine gute Platzierung, der Artikel auch, ich sag, ein Top-Artikel, geht primär über Oliver Vogel, ja, das wird hier als, also, dass er den einen der erfolgreichsten deutschen Futsal-Clubs aufgebaut hat und dann halt die Geschichte dahinter, wie ist das entstanden, wie er in Australien war, Lukas Kuhl getroffen hat, etc. pp. richtig cooler Artikel, ne, Wachtmeister, Baumeister, Deutscher Meister, das ist so die, ich sag mal, diese Rhetorik, die dahinter steckt und dann wird da natürlich betont auch, ne, also, dass der Verein auch, ich glaube, ich glaube, es ist der Artikel, dass der schlussendlich auch mit der Jugendarbeit aktiv ist und wenn ich mich richtig erinnere, wenn es nicht der war, war es ein anderer Artikel, es wird betont, dass man auch in den nächsten Jahren oder in den nächsten halben Jahr absehbar auch Jugendspieler oder talentierte Spieler aus der eigenen Jugend in der Bundesliga sehen wird. Ich glaube, darum geht es. Aber unabhängig davon weiß ich gar nicht, ob das der Artikel war jetzt, deswegen lass mich hier gerade ein bisschen rumdichten, aber es stand irgendwo so. Aber es ist ein cooler Artikel. Also erstmal cool, muss aber auch sagen, mein Impuls war, also gefühlt jeder zweite, ich sag mal, verantwortliche eines Futschallvereins muss genau das machen, was er da gemacht hat. Also es ist eigentlich eine wunderbare, stereotypische Beschreibung eines, ich sag mal, Futschallmanagers in Deutschland. So, irgendwann. So, Wachtmeister, Baumeister, aber am Ende kann halt nicht jeder deutscher Meister werden, aber Wachtmeister, Baumeister, genau das, was Vogel macht, machen 80 Prozent da draußen im Futschallverein und sind da, diesbezüglich halt auch in der Hinsicht, ich sag mal, zu huldigen, wirklich auch Respekt zu geben. Und dieser Artikel gibt das Oliver Vogel, wir können es dann hier auch an andere weitergeben, weil es ähnliche Strukturen und Aufgaben in anderen Vereinen genauso gut erledigt werden, muss man auch sagen. Aber aus meiner Sicht, das war ein cooler Artikel und du kannst jetzt weitermachen, weil wir werden sicherlich mehr darüber sprechen. Genau, die Reichweite, top, dass wir in dieses Medium reinkommen, auch zu sehen, wie lange der Weg dauert, bis man dorthin kommt, wie lange sowas dauert und wie viel persönlicher Einsatz wie jetzt von Oliver Vogel notwendig ist, damit du sowas realisierst. Was man da machen muss, das fand ich auch gut dargestellt. Bisschen schade, fand ich am Ende doch die Perspektive nur auf Oliver Vogel zu fokussieren. Nicht, dass man von der Reporter-Sicht vielleicht nicht ausreichend recherchiert. Also ist okay, Oli hat da extrem viel gemacht, aber ich kenne ja auch viele andere Player im Hintergrund, die da extrem viel machen. Plus, man muss ja sagen, ohne Lukas Krul und ohne Douglas Costa damals, wann war das denn? 2017, 2016. Das war der Sogeffekt. Also die sind da hingekommen und die ziehen bis heute und spannend wird, wenn Lukas Krul ganz weg ist. Und was ist dann? Also da hätte man schon nochmal so ein bisschen das Puzzle einfach kompletter zusammensetzen können, weil so ist es jetzt schon so, dass nur Oli Vogel da alles gerissen hat. Der hat da mega gemacht, Oli, alles gut hier von meiner Seite. Aber da gibt es auch viele, die wir kennen, die im Hintergrund da viel machen und mitarbeiten. Hätte man vielleicht mal so ein bisschen verschieben können, den Schwerpunkt auf andere Kappe. Da hieß die Übersicht war doch auch, genau, wie Vogel und Regensburg zum Erfolgsruhe wurden. Das ist da so ein bisschen, ja, also man darf dort sicherlich noch Florian Roth nennen, Thorsten Porkert und so weiter, die da sehr großen Eltern haben. Das ist jetzt cool. Aber es ist halt auch eine kleine Heroisierung. So ist das eben. Helden werden gemacht durch die Medien und das muss man reflektieren. Das wissen wir, weil wir da natürlich viel dichter drin sind mit der Community oder fällt uns auf. Und ich habe gerade gesehen, es war gar nicht der Artikel, wo es um die Geschichte mit den Jugendspielern ging. Das war ein anderer. Ich habe auch gerade gesagt, dazu geschieht mir gar nichts. Genau. Das war, glaube ich, ein anderer Zeitungsartikel, der auch cool war, wo Oliver Vogel auch was berichtet. Na, also gut, aber wir lesen uns halt alles durch. Dieser Artikel an sich, er ist noch richtig cool. Was mir hier noch ein bisschen, also was hier auch irgendwie deutlich rüberkommt, ist, wie du schon gesagt hast, was das für ein Aufgabenspektrum ist in einem Futsalverein. Was für ein großer Managementaufwand das eigentlich ist. Und gleichzeitig, wie gesagt, die Betonung von mir nochmal, das ist aber, ich sage mal, in 80, 90 Prozent aller Futsalvereine oder Futsalclubs so, dass da eben einer ist, der genau das alles macht. Aha, so. Olli hat es dann auch übrigens ganz gut auf Instagram, auf LinkedIn gestreut. Es ist auch mal schön, dass man mal eine andere Welt vortraucht und berichtet. Das fand ich einen guten Nebeneffekt. Da hat der Olli da gut den Artikel gestreut. Super wichtig, also für sein Lebenswerk, das Lebenswerk vielleicht nicht, aber sein Futsalwerk, was er gemacht hat. Im Rückblick wird das auch ein kleines Lebenswerk sein. Ja, aber Olli ist ja noch nicht so alt. Ich will jetzt ja nicht, wenn er da umfällt. Ja, aber wenn er da so, wenn er da so ist, wie in den Artikeln beschrieben, bleibt er ihm gut zahltreu und dann ist das ein Lebenswerk. Das ist ja auch so. Und so, toll, ist ein toller Artikel insgesamt. Wie gesagt, wir müssen uns ein bisschen einordnen, weil es halt auch ein Marketing-Ding ist. Da wird jemand Stereo, also ja, ja, ich habe es schon zum Held gemacht und das ist cool und auch alles, alles cool, nur wissen wir halt, dass das halt nicht nur einen Mann machen kann. So, so ist es sehen. Dann, ja, nächster Punkt auf meiner Enddurchscheinung Liste, war ein wunderbares Futsal-Spiel. Ich habe natürlich nur dieses Highlight gesehen, aber für alle, es geht, ich dachte schon, unser Spiel gegen MCA Sendestadt, Vertuner-Dusdorf gegen MCA Sendestadt vor einigen, vor zwei, drei Wochen, wo es ja dann kurz vor Ende, ja, wieder Tor, acht Sekunden vor Ende dann Tor gefallen hat. Richtig, Sendestadt heißt das nicht mehr. Nur für dich. Ah, ja, okay. Ja, MCA Bielefeld. Für neue Hörer ist das so, das ist ein Sendestadt. Aber krass, denke ich drüber nach, das ist ja unbewusst im Kopf, da sieht man wie lange. Würden wir uns verändern, denke ich. Macht ja, hat auch eure Medienabteilung nicht gut gemacht. Ja, ja. Man nennt euch ja auch nicht mehr die Futsal-Lines. Kann der Hörer, lass mal, das ist ein richtig schlechter Vergleich, aber ist egal, lass mal. Ab und zu kommt ja auch was Schlechtes von dir. Ja, nicht, dann war das jetzt hoffentlich, was ich sagen wollte, ich wollte auf das Spiel Wuppertaler SV gegen die Panthers Köln hinweisen. Denn doch, also, das kann man an Dramatiker kaum noch überbieten, wie das Tor noch fällt, noch mal anders als bei uns da. Und zwar stand dann, gerade dann Panthers Köln gefüngert, kurz vor Schluss, bis zwei Sekunden vor Schluss, 3-2 oder 2-1, was ich gar nicht mehr. Und dann kommt der Ausgleich zwei Sekunden vor Ende durch den Torwart David Simmels, grüße David, ich kenne ihn ja ganz gut von früher, haben wir zusammen gespielt. Und aber auch nicht nur so, dass der Torwart das Tor macht, nein, er macht es als mit dem Kopf. Also auch noch irgendwie so ein hoher Ball, der da irgendwie reingeschlagen wird. Ja, und David köpft dann da, der Keeper köpft den Ball da ins Tor, zwei Sekunden vor Ende, die Halle am Ausrasten. Ach, herrlich. Da denke ich mir, Futsal ist schon geil. Also ist schon geil. Ja, total unvorhersehbar, was da passiert ist. Und das ist eben, und das siehst du beim Futsal immer wieder. Also Vorhersehbarkeit ist im Futsal auf jeden Fall nicht zu präparieren. Das ist schon mal ganz wichtig an die Hallenfußballer da draußen, schafft unvorhersehbare Situationen für den Gegner. Und der Kopfball wird nicht verteidigt. Also das ist dann Zufall, vielleicht auch kreativ oder situativ gewesen, aber so entstehen Kopfballtore mit dem Futsal. So, sehen wir jede Saison mal ein Kopfballtor irgendwo. Ja, cooles Spiel. Ja, habe ich auch verfolgt. Das Ergebnis 2-2 am Ende. Ja, und Wuppertal im nächsten Spiel dann auch tatsächlich dann auch gegen die Holzfosten Schwerte gewonnen und sich so ein bisschen wieder, ja, mit ins Hauptfeld, in dieser sehr spannenden Liga, muss man auch einfach sagen, reingespielt. Aber Köln natürlich mit 13 Punkten vorne, vor Niederrhein Socker und Gütersloh, die mit 10 und 9 Punkten kommen. Schwerte kann noch auf 11 Punkte vorrücken bei 6 Spielen wie die anderen. Aber wird noch spannend, wird noch spannend. ist nicht mehr viel, also man hat ja schon die halbe Saison um oder mehr, aber ich glaube, da gibt es noch ein paar spannende Spiele, also zum Beispiel Köln und Schwerte, das ist ein sehr entscheidendes Spiel. Ach, coole Liga, macht Bock, die zu verfolgen auf jeden Fall. Auch wenn, auch wenn diese Spieltage so katastrophal geniert sind. Ja, das stimmt. Dann habe ich noch nächste News, das war sogar fast am Ende. Einmal gibt es einen ganz witzigen DFB-Post auf Instagram. Da wurden die Top-Pivo-Spieler der Liga ausgezeichnet oder erwähnt, wie man das auch nennen mag. Und ein Spieler war, das würde ich jetzt schon überraschen, da in dieser Liste, Suat Ak, der jetzt ja nicht als Pivo klassisch spielt, agiert und wir ihn auch kennen. Was ist denn da passiert? Der schießt halt immer Tore aus dem Zentrum vorm Tor, ne? Ah, das ist der Pivo. Aber stimmt, der Pivo ist der, der die Tore schießt. Ah. Nein. Also man sagt halt, er spielt schon auch teilweise den falschen Pivo, also geht in die Tiefe und drückt dann auf den A da raus, also so eine falsche Neun oder sowas gefühlt für den Fußballer. Aber den falschen Pivo, sodass dann auch manchmal ein 4-0-System entsteht, das macht er schon gerne. Aber im Grundsatz schafft es Weidendorf einfach hervorragend, ihn auf den A da zu isolieren, wo er dann einfach eins gegen eins den I runter oder mittlerweile auch die Horizontalläufe mit Körpertäuschung ins Zentrum und dann ballert er das Ding halt wirklich, das ist ja der Topscorer der Liga, also in Sachen Tore, also er schießt die meisten Tore und wie du sagst, muss es immer sein, Niveau. Ich denke, es ist der Spieler jetzt auch gegen Frankreich wieder unglaublich, wie er sich da als kleinster Mann auf dem Platz da durchtankt. Ja, wobei offensiv, offensiv mit den stärksten Akzenten, weil er einfach individuell von der Geschwindigkeit und Technik mittlerweile ein Level erreicht hat, was wirklich auf französischem Niveau sein könnte. Aber defensiv muss man auch drüber sprechen. Ich habe mir die Spiele ja angeschaut, leider in den entscheidenden Situationen auch da war er beteiligt. Hätte besser sein können. Ja, aber ja. Ja, gibt es noch? Sag mal, wie wollen wir auch mal was? Wollen wir halt News machen oder was? Ja, ich bin ja gleich fertig. Eintracht Südringen macht auch ein Futsal-Camp. Auch mal, wir geben es da einige, ich glaube, Sennestadt, Bielefeld macht ja die Futsal-Camps von Hott und von Jan Regensburg sind ja auch schon sehr, sehr bekannt und die machen immer wieder Werbung, läuft ja auch dieses Jahr wieder. Jetzt auch Eintracht Südringen finde ich schön, aus Berlin. Die News habe ich dann gesehen, dass man dort ein Futsal-Camp macht. Das fand ich super und jetzt bevor wir dann habe ich natürlich noch die Länderspiele, zu denen wir gleich kommen und noch, doch nochmal Jan Regensburg hier, denn da sind jetzt einige in den letzten Tagen, wirklich jetzt die letzten zwei, drei Tage, richtig viele Neuzugänge hinzukommen. Ja, einmal Lukas Neckas aus Tschechien, U23 oder 23 Jahre alt, wohl eben ja auch Kapitän, hast du doch gesagt, dass er Kapitän ist. Ja, U23, Nationalmannschaftskapitän, wurde dort im Bericht erwähnt. Im Berichtstanz, okay. Plus Bruno und Miguel, zwei Brasilianer, die kommen. Ist super für die Liga, dass Jan wieder Legionär ruht im Sinne Erfahrung, gut für die sportliche Qualität der Liga, aber wir haben es ja ab und zu mal angedeutet, wir haben da ja schon eine Diskrepanz zwischen den Aussagen des Klubs Jan Regensburg, was die Jugendausbildung betrifft, weil komischerweise kein anderer Klub erwähnt so oft, dass man doch so viel für die Jugendausbildung tut. Machen sie auch, sie haben ja auch Jugendmannschaften. Sehr, sehr gut, haben einen eigenen Podcast dazu. Aber es kommt ja nichts wirklich in der Bundesliga an. Und jetzt dachte ich, wenn man doch einen Kader hat, der die Klasse halten kann, wirf jetzt dazu bester Zeitpunkt, bester Zeitpunkt. Jetzt einfach ein paar junge Spieler, hol die aus dem Fußball weg, den kannst du Bundesliga anbieten, hol die aus der Landesliga und aus der Oberliga weg, junge Spieler. Und jetzt ist die Zeit. Jetzt kannst du umschwenken und da kommt das. Was für mich genau das Gegenteil von dem ist, was man immer erzählt, dass man ja so auf die Jugend setzt, oh, jetzt wieder drei. Man füllt die Lücken der Legionäre wieder mit Legionären auf. Ja, man hat ja eine eigene U19 plus den Stützpunkt und so weiter. Ist ja alles irgendwie miteinander verbindelt. Und es gab ja noch einen zweiten Artikel mit Oliver Vogel. Ich weiß nicht, irgendeine süddeutsche oder bayerische Zeitung war das. Und da spricht er davon, dass die jungen Spieler langsam kommen. Und er glaubt, dass einige von ihnen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten an die erste Mannschaft, also, dass sie da spielen oder ranbekommen. Und als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht so, okay, das hört sich doch cool an. Wenn das aber das sogenannte Youth Washing ist, was du sagst, dann habe ich auch, ich weiß noch, vor einem Monat war das, glaube ich, haben wir in der Gruppe darüber gesprochen. Ich habe dann das gesehen. Also, wenn das wirklich das Youth Washing ist, was du meinst, dann hauen die nämlich jetzt im Winter nochmal richtig drauf und holen sich einen Legionär nach dem anderen und packen den Kader nochmal voll und dann ist das absolutes Warmhalten, vielleicht auch in der Hinsicht ein bisschen zu sehr moralische Argumentation, Youth Washing, wie du schon sagst. Und dann kommt hier vor Weihnachten ein Legionär nach dem anderen auf den Zettel und ich denke so, okay, also objektiv von außen betrachtet, so gut es geht, muss man sagen, okay, Plätze für die Jugendspieler werden hier nicht geschaffen. Man schafft es nicht zu erkennen anscheinend oder auch den Mut zu entwickeln, den Mut für Entwicklung. Also Entwicklung braucht Eier. Das ist eben der Punkt. Da bist du halt nicht erfolgreich erstmal. Da bist du auf mittel- bis langfristiger Ebene mit Mut dran und mit Wissen, weil du bist überzeugt davon. Und es scheint hier nicht diese, also es wirkt nicht überzeugt. Es wirkt von außen nicht überzeugt. So kann man es einfach hart sagen, um das mal von außen zu bewerten. Aber vielleicht liegen wir auch nicht da richtig. Also wie gesagt, wir sehen ja nur, wie du immer sagst, wir sehen nur das von außen und müssen es so bewerten und so kann man es wahrnehmen. Und wir schauen ja schon detaillierter in die ganzen Berichte rein und beobachten das auch sehr interessiert. Genau. Und was heißt das jetzt? Wir haben eigentlich eine Saison, da ist klar, Jan Regensburg wird niemals absteigen, weil wir haben zwei Teams, die sind so stark abgeschlagen, Stuttgart und Pauli. Die werden da niemals mehr rankommen. Also Jan Regensburg ist sowas von safe, egal mit wem sie spielen, Achter. So. Auch mit der Truppe, die sie jetzt hatten ohne Pörsch. Auch mit ein paar Jugendspielern. Also warum nicht jetzt den Jungs die Erfahrung geben, die total wichtig ist, die Erfahrung geben in dieser Saison, um dann in der nächsten Saison genau zu wissen, welche zwei, drei Jugendspieler gehen jetzt in den Kader rein. So, wer kommt mit? Aber wenn du es nicht machst, wenn du die jetzt nicht in das kalte Wasser reinwirfst, also die ranführst, indem du sie wirklich aktiv werden lässt, dann ist die Chance vertan vielleicht, so wie du es jetzt gerade zum Ausdruck gebracht hast. Es ist vielleicht vertan, die Chance, wenn sie jetzt wieder aufrüsten, drei, vier, vielleicht kommt noch ein vierter oder ein fünfter dazu, weil sie einfach erfolgreich sein wollen jetzt diese Saison. Sie wollen nochmal, weil sie ein deutscher Meister, haben da auch den Anreiz und wollen wieder die deutsche Meisterschaft spielen. Okay. Aber dann ist das natürlich immer wieder mit den Jugendlichen, dann hört euch Alligator an, die Kinder ist der Song, glaube ich. Das ist genau das Gleiche. Es werden immer die Kinder irgendwie in den Vordergrund gerückt und das gefällt mir nicht, wenn die Taten dann anders sprechen. Aber das ist auch jetzt eine harte These, also auch ein hartes Urteil von meiner Seite. Das wird dem Ganzen vielleicht auch nicht gerecht, das sage ich auch ganz ehrlich. Das ist aber das, was man wahrnimmt und ich hoffe einfach, dass dennoch zwei, drei Jugendspieler im Laufe der Saison, spätestens zur nächsten Saison, dann auch wirklich aufrücken in die Bundesliga-Mannschaft und auch Spielzeit bekommen. Weil sonst haben die halt wenig für das deutsche Foodside-Mod getan, bezüglich zum Beispiel, dass die Kultur auch von der Qualität wächst mit, ich sage mal, mit deutschen Spielern. Für die Bundesliga aber trotzdem cool. Wie gesagt, wir werden geile Szenen sehen, wir werden guten Futsal sehen bei Jahren Regensburg. Wenn man es denn so, wenn man es ein bisschen mehr wie Hot machen würde, die machen nämlich Jugendcamps, aber erzählen nicht, dass sie dauernd Jugendspieler reinbringen. Wenn man es so machen würde, so vermarkten würde, wäre das absolut cool und dann, ja, hätte man einen richtig geilen Futsal auch von der Wahrnehmung her. So. Aber das ist jetzt eine harte Kritik und ich soll sich gerne Florian oder sowas bei mir melden. Es tut mir leid, wenn ich das Wort ausgedrückt habe oder du auch. Ich meine, wir hatten das schon mal gesagt, es geht ja gerade darum, dass man das macht. Das machen ja alle Clubs, die Regionale und wir haben es auch mal wieder voraussagt, dass genau das eintreten wird, was eintritt. Aber, ja, es hat immer die Kommunikation. Es gibt übrigens jetzt dazu auch von der, von nochmal Initiative, der DFB hat nochmal nachgeführt, auch bei den Clubs, wie man Inzentivierungen einführen könnte, für die Clubs mehr Jugendspieler einzusetzen, bin ich gespannt. Habe ich auch dazu, meine Einschätzung abgegeben an die unserer Abgesandten in der Futsal AG, die dort sind. Er hat auch gesagt, ja klar, kann man machen, aber die finanziellen Anreize müssen auch hoch sein. Denn es muss ja so hoch sein, dass ich von den Anreizen, die ich dann bekomme, mir deutsche Spieler aus der Landesliga, ja, aus der Oberliga weghole und die spielen lasse. Ja, und das kostet alles Geld und das muss ich also mit 5000 Euro ist ja nicht gemacht, für so Anreizsysteme Jugendspieler einzusetzen. Das muss schon eher, würde ich sagen, bei mindestens 30.000 Euro sein, weil dann kann ich das Geld nehmen, um ja die Jugendspieler zu holen. Ja, aber wie setzt man es ein, ist ganz schwer. Du gehst nach Spielzeit, geht man nach Toren, also nach was geht man über, was, welche, Cape Eyes würde man sagen, nutzt man ja, welche Key Performance Indicators. Naja. Ja, aber diese Incentives, die du meinst, ne, dieses Anstupsen, Stoßen, was auch immer ökonomisch, Nudging, was auch immer, das ist ja einfach nur ein Beweis dafür, dass Vereine wie Regensburg vielleicht auch nicht wirklich den Entwicklungsreiz oder den Entwicklungsmut haben. So. Also. Und diese Reize sollen dann dazu förderlich sein, aber es ist rein ökonomisch, es ist nicht intrinsisch am Ende des Tages, aber es ist halt die letzte Möglichkeit, dann da noch was zu machen, so. Weil die Vereine von sich aus nicht kommen, so. Vereinfach so. Ja. So, ja. War nochmal eine gute Diskussion. Ich hab gerade hier ganz, ich kann auch jetzt nach den ganzen alten News mal richtig neue News reinwerfen, denn ich hab gerade bei Instagram gesehen, die vor zwei Tagen die neuen Futsalregeln sind raus. Laws of the Game 23, 24 sind raus. Nehmen wir uns mal am besten für den nächsten Podcast mit. Ich kann auch mal irgendwie Spurs packen, was wirklich neu kommt, aber zumindest die neuen Futsalregeln sind jetzt draußen von der FIFA. Cool. Schauen wir uns an und dann wird das zum neuen Jahr reflektiert, was da auf uns zukommt. Yes. Cool. Daniel, ansonsten, hast du noch News oder war es das? Was? War es? Ich hab noch was. Ja, ich hab noch was. Okay. Noch was ganz Interessantes und zwar hab ich das, gab es einen Artikel aus Münster, dass der UFC Münster anscheinend kurz davor steht, zu Preußen Münster zu werden. Also der UFC Münster geht über, der Verein geht über in die Fußballabteilung von Preußen Münster. Die Frauen, die deutschen Meisterinnen Futsal, wurden dort auch schon im Vorspiel eines Spiels des SC Preußen geehrt. und anscheinend macht man da gerade Nägel mit Köpfen und ab nächster Saison könnte es also sein, so höre ich es heraus, dass der UFC Münster zum Preußen, zu Preußen Münster wird. Futsal. Wie auch immer. Ob sie einen Futsal-Zusatz haben, nicht. Ja, ganz, ganz, ganz gespannt, was das wird. Das wäre nämlich echt auch ein krasser Schritt der UFC, als erste, eine der ersten Futsal-Mannschaften Deutschlands haben dann 20 Jahre später gefühlt den Schritt gewagt. Aber cool, Gespräche laufen, ist auch eine interessante News, finde ich. Cool. Genau. Und ansonsten Länderspiele hatten wir so oder so? Ich habe noch eine News, habe ich hier gesehen, weil ich da auf der Hinterseite war, hatte ich aber die Tage gelesen, Thomas Neumann, der Trainer von Tschechien, hat ja nun das Valistersteam nach 247 Spielen. Ja. Viel, viel gemacht für den tschechischen Futsal und Valister anscheinend jetzt, ja, zurück, also wie ich verstehe, einfach aus persönlichen Gründen, in Weiterentwicklung, wie auch immer. Ja, wie gesagt, auch interessant für die Futsal-Welt. Danke. So, jetzt aber, Länderspiel. Ja, Länderspiele, waren auch interessante Spiele. Vor allem, jetzt geht er auch schneller, weil ich habe sie nicht geschaut und ich habe auch echt jetzt aufgrund von Corona das echt völlig gar nicht gesehen und irgendwie da in meiner Minecraft-Welt, wäre cool, so ein Minecraft-Lego, ähm, Minecraft-Futal wäre geil. Kann man da mal schauen. Ich muss halt erzählen, red kurz aus. Ne, wir haben ja gegen Kroatien gespielt und gegen Frankreich, beides verloren. Einmal 4-0, einmal 3-1. Mhm. Ja, ich kann zum Spiel jetzt nichts sagen, ich habe nur gerade nochmal die Highlights gesehen von, von Frankreich, ausverkaufte Halle in Dresden, Suat Ark, der einzige, den ich in den Highlights-Szenen gesehen habe, der sich da durchsetzen konnte, in der Offensive und damit ist mein Wissen über dieses Spiel schon beendet und ich gebe euch, berichte nochmal. Ach ja, also ich werde jetzt nicht so viel berichten, weil vielleicht steht auch an, im Januar machen wir vielleicht nochmal eine Analyse dazu, Ende Januar vielleicht. Wir werden vielleicht nochmal eine Analyse zu den beiden Spielen machen, ins Passieren raussuchen, gegen Tore, Tore und so weiter und auch ein paar interessante Szenen einfach allgemein für das Spiel. Man hat erst in Kroatien gespielt, man hat 4 zu 0 verloren, man muss aber sagen, es war aus meiner Sicht eigentlich ein ganz gutes Spiel. Man hat die ersten beiden Tore irgendwie, das war natürlich einfach effektiv und effizient von Kroatien, die haben halbe Chancen und machen sie rein, ja, und dann sind sie eiskalt, weil sie einfach die Basics besser beherrschen oder besser auch lesen können. Deutschland in der Defensive, vor allem bei Standards wieder, also ich kann mich an einen Gegentorf erinnern, dass man einen Einkick nicht verteidigen kann, weil man halt nur auf Gegner konzentriert ist und den Ball nicht sieht. Auf einmal steht man mit dem Rücken zum Ball, ich glaube es war, wie heißt er von Liria, der Blonde, der vorne spielt, Fabian Schulz, genau, Fabian Schulz, guckt nur auf seinen Gegenspieler, kriegt dann den Ball, also sieht den Ball nicht mehr und der spielt einfach an seinem Rücken vorbei und der hält den Fuß hin und dann schießt er das Tor, also diese Grundsatz nochmal, Ball und Gegenspieler sehen, um die Körperposition noch richtig zu haben, um die Passlinie zu schließen und so weiter und so fort, um die Tiefe besser zu schließen, die werden immer noch nicht so akribisch, glaube ich, beäugt, zumindest in diesem Spiel, kann aber auch sein, dass die Kroaten einfach von der Intensität das hochhalten, dass dann irgendwann auch das in Vergessenheit gerät, wir haben einfach nicht grundsätzlich ausgebildete Futsalder, wenn wir von einem Fabian Schulz sprechen, so ist das eben, da ist das dann auch irgendwann eine Schwachstelle, so ist es halt. Gut, und war dennoch ein gutes Spiel, man hat viele Chancen gehabt, also mehr als erwartet auf jeden Fall und ganz ehrlich, es ist ein wahnsinnig großes Problem beim deutschen Futsal, ist immer noch die Abschlussqualität, das siehst du nicht nur bei der A-Nationalmannschaft, das siehst du auch, wenn man sich nochmal die Spiele der U19-Nationalmannschaft anschaut, die laufen aufs Tor alleine oder auch haben große Chancen, aber die Schussqualität reicht nicht aus, um Futsal-Torhüter zu überwinden oder überhaupt die Kreativität im Abschluss oder überhaupt die Art des Abschlusses reicht nicht aus. Das reicht nicht aus beim Suat Ak aktuell auf diesem Niveau, muss man auch sagen, der hat da auch super starke Aktionen, aber auch dort im 1 gegen 1 umkurvt der Torhüter und kriegt den Ball nicht über die Linie, da muss noch ein bisschen Erfahrung rein, hat aber das größte Potenzial von allen in der Bundesliga bombt er dir die Dinger rein, aber Nationalmannschaft ist halt nicht Bundesliga, vor allem nicht Elite-Runde, das ist halt nochmal Next Level. Gut, aber insgesamt Spielanlage, auch Defensive insgesamt, kann man eigentlich zufrieden sein, zufrieden sein, weil man halt gegen Kroatien und dann auch gegen Frankreich einfach zwei Top-Teams gehabt hat, also die zwei Top-Teams der Gruppe auf jeden Fall und einfach etabliert mittlerweile auch als Fußball-Nation, Frankreich sehe ich da jetzt auch mittlerweile drin, weil die einfach diese Entwicklung machen derzeit. Genau, und Kroatien gewinnt 4 zu 0, ja, im Fußball wäre das vielleicht so ein 1 zu 0 gewesen und da hat man gesagt, ja, vielleicht sogar ein bisschen unglücklich verloren, weil man halt mehr Chancen hatte, aber Effektivität gewinnt auf höchstem Niveau, so ist das und dann spielen die das runter und halten den Kasten einigermaßen saug. Das war das 0 zu 4 gegen Kroatien, in Kroatien und dann hat man zu Hause gegen Frankreich gespielt. Was lässt sich erzählen? Auch da gut gegen gehalten. Ich fand's, ich muss sagen, ich fand das Spiel ein bisschen schwächer als gegen Kroatien tatsächlich, obwohl man hier nur 1 zu 3 verloren hat. Man muss auch sagen, dass die Franzosen, ich sag mal so, die sind durch gewesen, sind bei der WM, die mussten sich auch erstmal noch intrinsisch motivieren für dieses Spiel. Hatte die selben Spieler am Start, so in der Start, Starting 4, Starting 5 irgendwie? Ja, die haben auch den Bella, was auch immer hieß, den Benzema des Futsals gebracht, den 20-Jährigen. Da haben schon also gute Jungs gespielt bei Frankreich. Ja, und bei Deutschland auch eine solide Leistung. Man hat halt wieder am Anfang in der Defensive Probleme Übergabe einmal eine leichte Rotation von Frankreich. Wenn man sich die, jetzt auch wichtig, schaut euch mal beim Französischen Verband auf YouTube, einfach, die machen immer so eine Dokumentation zu jedem Spiel. Und da reden die davon, in der Halbzeit, der Trainer redet davon, dass man jetzt einfach weiter in Bewegung bleiben muss, dann verlieren die Deutschen die Kraft und auch die Orientierung. So. Ganz spannend. Ich glaube, vor dem Spiel oder mit in der Halbzeit wird das entsprechend ausgedrückt. Ja, und das siehst du halt schon beim ersten Tor, da wird so ein, da ist einfach gute Bewegung von Frankreich und dann ist eine Übergabesituation, also das Defensivkonzept wird mir immer noch nicht klar, was man bei der A-Nationalmannschaft macht, ob man da jetzt Übergabe macht, ob man Mann an Mann, also mit Mann mitläuft, hier misslingt es auf jeden Fall zwischen Wittig und Ack und ja, beide verlieren schlussendlich dann den entscheidenden Spieler aus den Augen und laufen zu zweit auf einen Spieler, der halt nicht relevant ist, vereinfacht gesagt. Querpass und dann entsteht das, ich glaube, es war das 1-0 dann auch. Gut, ja, das ist so eine entscheidende Szene für mich, einfach, wo du dran arbeiten musst, Basics, Ball und Gegenspieler sehen, dann kannst du von hinten nach vorne besser kommunizieren, weil dann siehst du Raum, dann hast du Tiefe, du bist zwischen Gegner und Tor, du kannst auch noch korrigieren und das wird in der Hinsicht irgendwie, also ich frage mich, also das muss man grundsätzlich coachen, Ball und Gegenspieler sehen, dann wird die Körperposition automatisch besser, das kannst du immer wieder coachen, hast du deinen Ball und Gegenspieler gesehen, wenn nicht, Aha-Effekt beim Spieler, er versucht es, peripheres Sehen wird entwickelt, das ist Entwicklungsgrundlage und da sind halt auch noch entscheidende Fehler auf höchstem Niveau, kann aber, wie gesagt, zwar am Anfang des Spiels schon, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die Fitness gefehlt hat in dem Moment, sondern es war einfach die Basic nochmal in der Defensive. Aber insgesamt, super Spiel, Stuart Ack macht auch ein super schönes Tor, läuft aber auch wieder alleine aufs Tor zu und leider kein Tor, auch die Abschlussqualität ist dann auch da gegen Frankreich noch nicht hoch genug, das ist das größte Manko. Also hätten wir da wirklich mal einen starken Pivot um Bosinovic oder sonst was und vielleicht noch ein, zwei Alas, die wirklich auch, die wirklich torgefährlich sind, dann hätte man in dieser Gruppe was reißen können. Dann hätte man was reißen können, dann wäre man tatsächlich, hätte man mit ein, zwei anderen Spielern, die eine Abschlussqualität hätten auf Futsal-Niveau, haben wir natürlich auch, ein paar Spieler sind gut, aber die kommen nicht in die Situation, also wenn Gabriel Oliveira schon als Fixo der Spieler ist, der in der kompletten Elite-Runde die meisten Torabschlüsse hat bei Deutschland, so, dann weißt du einfach, Alas und Pivots sind nicht ausreichend da, die auch wirklich zum Abschluss kommen vielleicht, so, könnte man auch jetzt daraus reflektieren, aber die Abschluss, einfach der Abschluss, der Torabschluss ist das größte Manko und dann Defensivkonzept noch Basics kriegt, also die wichtigen Basics auch beherzigt werden, dann hast du mit diesen beiden Schritten, hast du ein, hast du ein richtig gutes Team, was auch gegen Kroatien und Frankreich potenziell gewinnen könnte, so, und dann bist du vielleicht sogar nochmals vier, fünf Plätze weiter vorne in der in der europäischen Liste, so, gut, das ist so mein Eindruck von den beiden Spielen, ja super, danke, dass du überhaupt das wenigstens einer aufgepasst hat, würde man sagen in der Uni, ja, also ich fand, vor allem von den Ergebnissen her, das ist auch die Szenen, auch wie sich Suat Ak da darstellt, absolut zufriedenstellend, haben uns da super präsentiert und jetzt hat mich jetzt nur wieder die Aussage von Marcel Losfeld etwas irritiert, er hat sich zum Spiel gemeldet, jetzt bei Instagram sieht man das beim DFB-Kanal, erster Teil da ist absolut dabei, wir haben in der Elite runtergezeigt, dass wir dort zu Recht dabei waren, absolut, gerade es wurden Riesenschritte gemacht mit Memos, die Keeper auch alle dabei, waren so fast und jetzt kommt wieder was, da hatten wir schon mal drüber gesprochen und das sehe ich halt deutlich kritischer, das Potenzial um 2026 zum ersten Mal bei einer EM-Endrunde dabei zu sein, ist definitiv da, jetzt müssen wir es nur noch nutzen und da sind wir ja beim Punkt, einmal Überalterung und wo können wir denn noch nachlegen relativ zu anderen, es kommt nichts nach an deutschen Spielern und das verwirrt mich jetzt schon, dass man nicht sagt, ja wir haben, also dass man jetzt mal realistisch sagt, wir sind da und wir waren da, wo wir hingehören, aber wenn wir den nächsten Schritt gehen wollen, dann müssen wir mehr junge Spieler ranführen, sonst schaffen wir es nicht und das ist mein Eindruck und das würde ich sagen, das kommt hier nicht raus, das ist hier so heile Welt, das ist hier schöne rosa Brille, ah ja, war doch super, ja in zwei Jahren sind wir viel weiter und dann läuft besser, würde ich sagen, kritisch. Ja, ich kann dir sagen, ich zum Beispiel bin auch sehr gespannt auf das U19-Stützpunkt-Turnier, an dem wir mit Westfalen, ich sag mal, sehr kurzfristig jetzt, ja, du bist jetzt Trainer, ja, du bist ja, ja, kurzfristig teilnehmen, also wir haben schnell eine Mannschaft zusammengestellt. Was ist das für ein Turnier? Erklär das mal. Das ist ein Sichtungsturnier für die U19-Nationalmannschaft und einfach perspektivisch auch für die A-Nationalmannschaft oder auch grundsätzlich für den deutschen Futsal, genau, und da gibt es hier im Westdeutschland beispielsweise Bielefeld als Stützpunkt, wie auch Duisburg, da wo auch Schein Rassi und der ehemaliger Trainer aktiv sind. Genau, genau. Der Name ist mir gerade entfallen gewesen. Genau, und da gibt es dann vom 5. bis 7. Januar gibt es halt das Sichtungsturnier, so wie früher der Länderpokal, also es ist ein Länderpokal, und da wird dann gesichtet, vor allem die Jahrgänge 2006 und 2007. Wir dürfen aber auch 2008er mitspielen, das geht auch, also wir zum Beispiel haben in Westfalen aktuell aufgrund der Sichtung einfach, ja, viel mehr als 2008er im Angebot, sodass wir auch welche davon mitnehmen müssen, da wir auch gar nicht so viele 2006, 2007er im Angebot haben, und bin ganz gespannt, was da kommt, weil, wie du schon sagst, da müsste ja jetzt echt was zu sehen sein, da müsste, da müsste sich jetzt was zeigen, damit da was nachkommt, weil sonst sehe ich aktuell, wenn ich mir den Kader anschaue, wie du sagst, auch eine Altersstruktur, wo zwei, drei Spieler wegfallen werden, die aber auch wichtig sind, und dann sehe ich nur, ganz ehrlich, sehe ich nur Pedro Strickert aktuell, der eigentlich auch jetzt schon spielen müsste, weil er in der Bundesliga mega scoort, beim MCH, Pedro Strickert, 20 Jahre, also der ist noch einer, der potenziell Qualitäten als junger Spieler jetzt in die Nationalschaft bringt, der ist ja auch schon dabei jetzt gewesen, berücksichtigt Spielzeit, genau, wird er sicherlich bekommen, jetzt in den nächsten Spielen, weil es ja dann erstmal wieder um, sind Entwicklungsgrundlagen wieder, das dann wird dann auch getestet, ja, aber bei dem Turnier wird es spannend, da bin ich gespannt, ob es, was sich da ergibt, zum Beispiel auf der Pivot-Position, gibt es da Potenzial, und dann, was ich mich frage, ist auch, wie viele dieser Spieler beim Turnier spielen überhaupt Futsal, also sind das nicht nur einfach Fußballer, die einfach dazukommen, für den Stützpunkt einmal die Woche, wie viele sind wirklich im Futsal verankert, ne, ich sage jetzt, ich werde jetzt nichts aus den Nähkästen erzählen, wie viele da von uns bei in Westfalen dabei sind, wir haben ein paar, auch sicherlich ganz interessante Spieler, aber ich bin ganz gespannt, was da insgesamt einfach auf die Platte kommt, wer davon wirklich auch für den Futsal in Zukunft relevant sein könnte, und was für Qualität da ist, ne, weil das wäre nämlich, dann könnte ich dir eine kleine Perspektive geben zu der Frage, ob wir wirklich 2026 ein Team haben, das wirklich gewachsen ist, nochmal. Es ist halt auch gerade dieser Riesenspagat, zwischen jetzt junge Spieler reinzuwerfen und junge Spieler vor acht Jahren reinzuwerfen, oder vor sechs Jahren, als wir begonnen haben mit der Nationalmannschaft 2016, ja, dieser Gap ist so groß vom Niveau halt in der Bundesliga, das ist halt, wie kannst du diesen Gap aufholen, dass du die Spieler da reinwirfst, und die sie entwickeln können, wirklich schwer, und ob das mit den U19-Stützpunkten, du weißt, ich bin kein Fan von diesem Konzept, habe ich im Merv schon gesagt, weil ich es als wirklich Geldverplemperung sehe und wirklich Sankt kostet, weil da wird am Ende aus meiner Sicht nichts Zählbares rauskommen, weil es hätte anders investiert werden können, aber nun ist es da, wir müssen nutzen, das ist super, dass du ja auch mitmachst, alle anderen Trainer, die sich da engagieren, ist super, ja, man kann es ja nur hoffen, dass noch ein super Talent da entspringt, wir werden jetzt ja am 4. und 6. Februar übrigens das nächste Länderspring in Spanien, das wird natürlich sehr, sehr spannend sein, ich verstehe jetzt gerade den Move jetzt nicht, warum man sich jetzt nochmal so ein Prämius rausholt, nachdem man diese positive Euphorie da hat, aber für die Spieler ist das natürlich ein mega Highlight gegen Spanien, genau, da wirst du, da werden dir wieder Grenzen aufgezeigt oder auch einfach, da wirst du dein Leistungslimit erreichen müssen, um auch wirklich da nicht unterzugehen, so, gegen so ein Top-Team, ne, deswegen, also ich bin auch da ganz gespannt und nochmal zu den U19-Stützpunkten, was mir jetzt auch ganz, also weil ich jetzt da natürlich jetzt auch mehr Einblick habe, was mir aufgefallen ist oder insgesamt, jeder Stützpunkt hat halt auch seinen eigenen Charakter, Daniel, deswegen frage ich mich halt auch, wie gehen die anderen Stützpunkte ran, wie zum Beispiel in Westfalen, verbinden das natürlich auch, ab einem bestimmten Voraussetzungskontext mit Futsal-Vereinsmitgliedschaft zum Beispiel, sonst, was bringt einen der Spieler sonst für den deutschen Futsal, wenn er nur Fußball spielt und dann jetzt 19 ist und dann nach dem letzten Turnier dann auf einmal wieder in den Fußball abwandert, das nichts für den Futsal gebracht hat und ich bin auch, deswegen frage ich mich eben auch, wie viele Spieler, Spieler sind wirklich aktiv im Futsal und das möchte ich auch beim Turnier so ein bisschen für mich Informationen mitnehmen. Um da wirklich einen Gedanken zu kriegen, ist das ein gutes Investment, die U19-Geschichte, aber jeder Stützpunkt kann an sich erstmal inhaltlich strukturell, also wie er da vorgeht, es gibt Voraussetzungen, aber wie du das dann genau gestaltest, da muss man landesverbandsspezifisch halt dann auch immer schauen oder ortsbedingt und da bin ich auch gespannt, mich da in den Austausch zu bewegen, wie machen das die anderen Stützpunkte und danach gebe ich dir mal ein kleines Urteil, was das angeht, weil wie gesagt, Gebses gehört dazu und genau, ich will ja auch widerlegt werden, wenn ich widerlegt werden würde, wäre das ja wunderbar für den Futsal, das heißt, ich will gerne scheitern mit meiner Aussage. Daniel, wir sind doch gute Wissenschaftler, du weißt, in bestimmten Punkten wird man dich gut widerlegen können und in bestimmten Punkten wirst du auch wunderbar deine Argumente finden, es ist halt nie schwarz-weiß und dann ist es halt immer von der Perspektive wichtig, was man als Priorität ansieht und da bin ich gespannt, ich kann dir im nächsten Jahr mehr davon berichten und vor allem das Stützpunkt-Turnier, für uns ist das ja erstmal eine ganz lockere Geschichte, wenn man so will, wir sind ganz neu, ganz jung, die jüngste Truppe beim Turnier, wir haben gar keinen Druck da irgendwie, wir können uns nur gut zeigen und hab richtig Bock drauf, ja, bin auch gespannt, genau. So, hat er einen Hinweis, du musst jetzt gerade mal eine Minute alleine machen, ich bin sofort wieder da. Ja, okay, dann bist du kurz weg, was ich dann auf jeden Fall zusammenfassen kann, ist ja nochmal an der Stelle Superjahr für die deutsche Futscher-Nationalmannschaft, kann man einfach nur nochmal hier so festhalten, was man erreicht hat, in dem Team, emotional, als auch Zuschauerzahlen ganz, ganz stark auf jeden Fall dieses Jahr mehrfach ausverkauft. Wir führen ja auch immer, vielleicht für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, auf der Seite mrfutsal.de auch immer das Ranking der meistbesuchten Futsal-Spiele innerhalb von Deutschland, der Bundesliga und auch der Länderspiele und natürlich, wenn jetzt die Ballsport-Arena in Dresden wieder ausverkauft war gegen Frankreich, muss ich gleich nachher nochmal die Zahl zusammensuchen, dann haben wir da wieder ja ein Rekordspiel gefunden, also aus meiner Sicht wirklich ein tolles Jahr für die Futscher-Nationalmannschaft, auch Qualität der Spiele, als auch Streaming, wir hatten da die Weiterentwicklung hin zum Streaming, zum DAZN, also da waren ja wirklich ganz viele Highlights dabei und kann man nur gut abziehen für die DAZN, das kann man einfach hier positiv darstellen. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir zur Futsal-Bundesliga der letzten Wochen, ich habe jetzt kein Spiel analysiert, ich würde sagen, jetzt auch mit Blick auf die Zeit, lass uns vielleicht einfach so das Fazit der letzten Wochen zusammenfassen, was, was, so ein bisschen auf dieser Meta-Ebene, was, was da für dich da jetzt passiert ist in den letzten Wochen und was wir, was wir so ein bisschen erwarten für das nächste Jahr. Also, soll ich nochmal kurz, ich mach mal kurz eine Situationsanalyse vielleicht, mach du mal, okay, bevor ich jetzt wieder dir den Ball zuspiele, nur mal zu sehen, ich mach die Situationsanalyse, wo finden wir uns gerade für alle Zuhörer nochmal, wir haben ganz weit oben TSV Weil im Dorf, sechs Punkte Vorsprung vor FC Liria und Hot 05 Futsal, dann kommt der HSV mit 19 Punkten, dann der Futsal-Grupp Bielefeld mit 15, also da haben wir einen Gap drin, einen großen Sprung von vier Punkten, dann wieder nah beieinander, Bielefeld, Jan Regensburg, Pass, alle ein Punkt auseinander, dann wieder ein großer Gap, vier Punkte, dann kommen Fortuna Düsseldorf-Futsal neun Punkte und dann nochmal ein riesen Gap, fünf Punkte, Stuttgarter FC und dann ganz am Ende der FC St. Pauli-Futsal, das ist die Situation, sagen wir es. Ja, was soll man sagen, Daniel, ist das jetzt eine Drei- oder Vier-Klassengesellschaft, die wir da haben, wenn man tatsächlich mal die Muppe nicht kam. Du hast diesen starken Block. Also man muss sagen, dass der MCH sich nach anfangs anfänglichen Schwächen gefangen hat, jetzt die letzten Spiele alle souverän gewonnen hat, somit auch auf Platz fünf aufgestiegen ist. Man muss sagen, dass Pass nachlässt, die Anfangseuphorie hat nachgelassen, man ist abgerutscht. Djindic wechselt jetzt nach Weidingdorf. Ja, ganz wichtig. Das heißt auch da, man muss aber auch sagen, ohne Djindic, ich habe die in Bielefeld gesehen, trotzdem eine interessante Truppe, gute Fußballer, also wirklich alle fit, technisch gut, fehlt halt einiges an Futschalltaktik, werden in der Liga bleiben, meiner Meinung nach, weil, was sehen wir vor allem, Stuttgarter Futschallklub und FC St. Pauli abgeschlagen. Ja, ich denke, dass das auch auf jeden Fall ein Zeichen ist, dass wir im Abstieg wahrscheinlich keine großen Diskussionen mehr haben werden in der Rückrunde, so gibt das die Perspektive. Ich glaube, Düsseldorf wird dann auch ein paar Punkte holen. Stuttgart hat jetzt eine Abwanderung mit Asowski, hat aber auch selten gespielt, also Trainer weg, Asowski weg, Stuttgart, wirkt ein bisschen geschwächt, geschwächt die Saison und wird sicherlich in die Regulationen gehen, wenn Pauli sich nicht fängt, weil Pauli hat ja wieder Jeremiav und Dispo-Brüder gehabt. Kann ja sein, dass die sich nochmal fangen und nochmal Punkte holen, dann könnte es dann auch nochmal um den Regulationsplatz gehen mit Stuttgart. Da war ich wirklich überrascht in den letzten Spielen, dass jetzt eigentlich der Kader fast der Kader letzten Saison war und trotzdem man so abgeschlagen dann. Boah, das hat mich jetzt schon überrascht, ist das diese wahrscheinlich wirklich erste Saison, ist man völlig in dieser Euphoriewelle und gerade das zweite Jahr ist halt das härteste, weil dann kommt die Realität und die Regelmäßigkeit und der Alltag, seine Funktionalltag und der Plus, dass die einfach pausiert haben und die anderen weitergemacht haben, also so viele Punkte, aber wer weiß, vielleicht reizt es noch für vier, fünf Pünktchen und man überholt Stuttgart und dann kann das nochmal interessant werden, der Kampf um den Relegationsplatz zwischen Pauli und Stuttgart und vorne denke ich, dass Weidendorf, wenn sie jetzt Dindic dabei haben und Arzlowski, das ist schon eine bärenstarke Truppe, absoluter Meisterschaftsfavorit, genau, schön ist es zu sehen, dass der Aufsteiger Liria die Euphorie gehalten hat und jetzt mit 20 Punkten auf Platz zwei steht, nur zwei Niederlagen, ich glaube gegen Weidendorf und gegen den MCH waren es, solide Spielen, ja, und ja, eine ganz, also eine interessante Liga und was man auch sieht, es sind enge Spiele, auch Weidendorf gewinnt seine Spiele nicht mit zehn Tornunterschied, zumindest nicht die ersten sieben Plätze auf jeden Fall, also gefühlt können sich die ersten acht irgendwie auch gegenseitig ärgern, so, das ist eben der Punkt, die ersten sieben, ersten acht können sich ärgern, ganz spannend, es sind enge, enge Partien, ja, es ist auf jeden Fall bisher, auch wenn es Weidendorf ganz weit oben steht, für mich eine sehr, oder auch die, eine der interessantesten Saisons, also die dritte ist es jetzt, aber von der Ausgeglichenheit der Teams sicherlich die, die, die beste Ausgeglichenheit aktuell. Ja, muss man schon sagen, in den letzten paar Spieltagen schon sehr hohe Ergebnisse, also hier, einmal Liga gegen Pauli 12 zu 1, dann Weidendorf gegen Pauli 18 zu 1, dann MCA SFC 11 zu 0, Hott gegen Fortuna 8 zu 1, also das sind natürlich auch schon alarmierende Ergebnisse. Ja, aber die Klatschen kriegen halt dann die letzten drei, wobei ich Fortuna da jetzt nicht reindichte, weil die Substanz einfach zu stark ist, also die zweistelligen Ergebnisse kriegt Stuttgart und Pauli, so und das ist eben der Punkt, deswegen gehe ich davon aus, wenn sich da jetzt nicht irgendwas tut auf dem Wintertransfermarkt, dass da, dass die beiden sich um den Relegationsplatz streiten werden, aber es geht nicht mehr um Platz 8, so und deswegen haben wir gerade schon davon gesprochen, für Regensburg wäre das jetzt super geil, Jugendspieler reinzubringen, du kannst nicht absteigen, kannst nur gewinnen und in der nächsten Saison dann vielleicht mit weiteren Jugendspielern zusammen einen super Kader zu haben. Geht für alle, also wir, natürlich Düsseldorf sind da unten echt noch jetzt gefährlich, aber für alle da oben, auch der HSV, Beidemdorf ist natürlich schon, zieht da ab, jetzt kommt Djindic dazu, wechselt dann ja, also es ist schon ein wahnsinniger Kader da. Ja, man kann sich entscheiden jetzt, mach ich das Rattenrennen mit Beidemdorf mit, also Regensburg macht es mit, die wollen auf jeden Fall, das ist ein Zeichen dafür, die wollen was reißen diese Saison wieder, die wollen wieder und du hast ja mal gesagt, dieses Rattenrennen, dieses Mitziehen und Beidemdorf gibt das Tempo vor und die anderen ziehen jetzt nach, bin gespannt, also, von dem Philosophen mal einen guten ökonomischen Punkt hier zu bringen, das darf ich dir mal ausstellen, weil das ist ja wirklich der Punkt, jetzt kannst du das Rattenrennen wirklich für dich mit der Tabellenkonstellation mit fast allen Teamstar in dem Mittelfeld beenden, steigst einfach aus, sagst vor mir ein paar Punktchen, ganz egal, ich muss am Ende vielleicht zehn Punkte haben oder zwölf, vielleicht reicht schon zwölf, das haben fast alle und ich kann völlig frei Leute einsetzen und jetzt ist ein super wichtiges Ausbildungsjahr. Ja, aber das ist eben jetzt diese Erkenntnis und diesen Mut musst du halt haben, weil, dass du nicht, dass du auch mal Punkte, liegen lässt. Hallo, bist du noch da? Ja, bin noch da. Nee, nee, passt auf, nur die Backe ist gegen das Mikro beschlagen. Ja, ich wünsche mir mehr, also ich wünsche mir mehr Eier jetzt von den Tieren. Eier, Eier. Lasst uns bitte, wenn wir jetzt ein Einspieler hätten, was brauchen wir? Eier, Eier von Oliver Kahn. Genau, zur Entwicklung. Das wäre nämlich jetzt ein gutes Jahr dafür, um da dann, wenn man einen Spieler hat oder auch diese aktiv jetzt in die Akquise mitzunehmen. Genau, wäre cool. Ja, ich weiß nicht. So, wir hatten ja immer den Thesenbrei. Eine These hatten wir in der Lage, wir falsch bis heute. Wir haben gesagt, dass die Differenz und der Qualitätsunterschied wird so groß, von Bundesliga zu Regionalliga, dass es schwer wird, vor Teams aufzusteigen, einmal, dann auch überhaupt die Klasse zu halten. Jetzt haben wir natürlich mit Liria genau das Gegenteil, diesen Platz zwei da oben. Da müssen wir ein bisschen zurückrudern, anscheinend kann man sich dann doch noch gut wieder zusammenholen und zusammenballen und dann da wieder mitzuspielen und in dieser Eustrie des ersten Jahres klappt das anscheinend ganz gut. Ja, also wie gesagt, die These ist noch nicht ganz widerlegt, weil wir werden ja sehen, ob sich das wieder, also ich sag mal, spätestens mit der zweiten Saison wird es immer eng. So, ich sag mal, unsere These bestätigt sich eher in der zweiten Saison. Die zweite Saison ist die schwerste Saison und da, ich glaube, da würde ich unsere These schon noch irgendwie haltbar sehen und bin mal gespannt, wie dann Liria oder Paz in der nächsten Saison aufstellt sind. Wobei Liria natürlich enormes Potenzial hat als Hauptstadt, also das Einzugsgebiet, was du da hast, Wahnsinn und haben auch eine gute Struktur, einen guten Coach, eigentlich gute Voraussetzungen, um einfach sich zu etablieren. Ja, genau und bei Jan Regensburg siehst du auch, wenn die jetzt nicht nachgepumpt hätten, dann wären die halt auch jetzt irgendwo mit Platz sieben, so das wäre das Ding und das ist die zweite Saison als deutscher Meister bis auf Platz sieben. Ist halt schwierig, das zu halten. Ja, aber dann gut strukturell gestellte Teams wie Jan Regensburg oder auch oder Clubs, auch Liria zähl ich mal dazu mit Futsal-Erfahrung, die können da schon wuppen, aber wie gesagt, erste Saison Euphorie ist alles dabei. Mal schauen, was im Verlauf in dieser Saison kommt und dann in der nächsten Saison. Ja, bin gespannt, aber coole Liga aktuell, macht Spaß, das zu verfolgen. Ja, absolut. Hast du, jetzt muss ja auch gucken, jetzt ist Zeit, du musst gleich weg. Vielleicht als letzter Punkt, ich glaube diese Sachen mit den Tipps für die Fußballer, Hallenfußballer, lassen das mal separat auskoppeln. Vielleicht mache ich da auch einen Solo-Podcast, schaffen wir jetzt nicht mehr. Das willst du nicht. Aber wir können auch. Ja, ich glaube auch. Du hast jetzt bis Viertel nach, habe ich noch Zeit. Ja, aber ich wollte noch wichtiger, vielleicht nochmal ganz interessant hier aus meiner Sicht für dich, wenn du die Saison jetzt mal, die Bundesliga-Saison durchgehst, was waren solche Spieler für dich, die oben auf deinem Zettel stehen? Okay, die haben gut performt. Also die hatte ich oft, die habe ich gerne gesehen, die fand ich überraschend auch bei der Performance und das waren echt gute Kinder. Ja, spannende Frage. Kannst du ja aus jedem Team was rausnehmen, muss man sagen. Drei Namen. Weidemdorf, ja, Ack. Von jedem Team darf man maximal einen, okay? Nehme mal Weidemdorf, Ack. Nehme ich mal den MCH und sag, sag Garibaldi, der gefällt mir sehr gut dort. Wenn er kein Deutscher ist, Strick hat, könntest du auch nehmen. Und ja, wenn wir jetzt komplette Hinrunde noch nehmen, dann müssen wir mal Pass auch Djindic sagen, der das einfach dort getragen hat. So, das sind so drei Namen. Ack, Garibaldi, Djindic. So, das sind so meine Spieler. Aussehen ist relativ schnell, ne? Ja, Ack ist bei mir auch oben dabei. Ist unglaublich, wie der sich gemacht hat und aus welchen Situationen er Tore erzieht, ganz klar. Ja, ist Top-Spieler der Saison, kann man gar nicht anders sagen. Ich finde bei Hott Remenitz ziemlich gut und solide. Hat mir sehr gut gefallen. Ist ja auch neu gekommen. Bin ja auch live in der Halle gesehen. Hat ziemlich gute Futsal-Finters auch drauf. Finde ich ziemlich gut. Ist da sehr stabilisierend da mit den Kickern. Ich fand den, ja, unser Torwart bei Fortuna Isseldorf, Martin Wu, einer der wenigen jungen Spieler, wo ich denke, geil, da kommt was nach. Richtig junger. Hat richtig geile Partien abgeliefert. Finde ich stark. Grünberg beim HSV, für mich da der der Garant. Aber auch ein alter Name hat man gemerkt, Ceylani. Weil Ceylani, soweit der Jalle nicht dabei war, lief es einfach nicht. Unglaublich, wie wichtig noch der Jalle dafür das Spiel ist als Torwart. Nicht nur Jalle an sich, sondern auch der Torwart im Futsal-Spiel. Sieht man eben an dieser Personalie extrem. Und das hat mich gefreut, dass er das Team dann auch immer wieder da so ein bisschen pushen konnte. Das fand ich ganz gut. Ich hatte dann natürlich unseren, was man schon sieht, wenn Leute aus dem Ausland holen, die Erfahrung haben, wie jetzt bei uns bei Fortuna Isseldorf, da mit dem Ramis, Schoftorov, das ist schon Wahnsinn, wenn du solche erfahrenen Leute holst, wie selbstverständlich die sie integrieren. Wenn man da die Leute auch so ein anderes Niveau heben, hat sich da gut gemacht. Aber es waren so meine Namen, Wu, Grünberg, Ak, Jelani, das schreibe ich auch. Also auf die Torwart habe ich gar nicht so geachtet jetzt, aber hast du recht, der Jelani-Effekt ist einer der deutlichsten Effekte der Hinrunde. Also HSV, alles verloren ohne ihn und mit ihm alles gewonnen aus wegen Kamel-Türmer, da man gut spielt. Also von daher, top, auf jeden Fall auffällig, ja. Cool. Dann, schön, dass wir wieder mal vorwiegend monatlich dabei waren. Na komm, Daniel, wir machen einfach nächste Woche die Hallensendung, nur Halle, nur für Hallen. Okay, dann lass ich mich so, ja, ist auch gut. Irgendwann Mittwoch oder Donnerstag, so, zwischen den, zwischen den Feiertagen kriegen wir es hin, ne? Cool, Daniel. Ansonsten können wir uns heute die Tore und mal Themen nennen, die wir mal besprechen sollen. Ende zu meinem Team. Genau, Nennung geben und, und ich wiederhole auch immer wieder, wenn ihr Bock habt, auch selbst mal dabei zu sein, schreibt uns mal, wenn ihr Bock habt, über irgendwas zu sprechen, bestimmtes Thema mit reinzubringen, wir machen hier gerne auch ein Trio. Machen wir gerne. Pitschern. Pitschern. Cool. Richtig. Dann, schöne Weihnachten alle, schöne Feiertage sind ich, kommt's gut ins neue Jahr danach und, äh, frohe Feiertage an. Tschau zusammen.